Wir sind jetzt etwa drei Jahre später. Das heißt, der Junge, dem ihr gerade begegnet seid, in der Speicherstadt, hat auf seiner Reise mit dem Drachen, das haben wir noch gar nicht erzählt, eine Familie gefunden. Das heißt, ein Fabelwesen-Beschützer, den ihr gleich auch treffen werdet und heißt inzwischen Ben Wiesengrund mit Nachnamen. Und ich führe euch jetzt erstmal in diesem Kapitel nach Norwegen. Nicht viele Gebäude dieser Welt können sich unsichtbar machen. Aber das Haupthaus von Mima Maida verschmilzt so vollkommen mit Wald, Erde und Himmel, dass die meisten Besucher es erst bemerken, wenn sie davor stehen. Ben kam es jedes Mal vor, als näherte er sich einem Lebewesen aus Holz, Stein und Glas, das großen Spaß daran hatte, sich vor ihm zu verstecken. Und wer weiß, vielleicht lebte das Haus tatsächlich. Schließlich hatte es ein Fjordtroll gebaut. Sein Name war Hofbrod und alle Gebäude Mima Maidas wurden nach seinen Anweisungen gebaut. Meist schnitt Hofbrod die Bretter und Balken sogar eigenhändig zu und er verbrachte Wochen damit, die Fassaden seiner Bauwerke mit kunstvollen Schnitzereien zu verzieren. An diesem frühen Morgen säuberte er die Verzierungen über der Eingangstür mit einem Messer, das ein noch furchteirigenderer Anblick als er selber war. Der geschnitzte Drache, der sich über einem der Balken wand, war ein sehr gelungenes Porträt von Lung. Aber es fanden sich auch große Kraken, Zentauren und fädelnde Fossegrimme an der Fassade. Hofbrod konnte jedes Geschöpf auf diesem Planeten schnitzen. Verdammter Nebelraben, schimpfte der Troll, als Ben mit Fliegenbeinen neben ihm stehen blieb. Irgendwann drehe ich ihn in die grauen Hälse um, wenn sie nicht aufhören, meine Schnitzereien voll zu scheißen. Hofbrod überragte selbst ausgewachsene Menschen um ungefähr einen Meter, aber Ben hatte sich inzwischen an die Größe des Trolls gewöhnt. Schließlich war er mit einem Drachen befreundet. Bens adoptierte Eltern, wie Barnabas und Vita Wiesengrund sich gern nannten, hatten ihr Leben der Aufgabe gewidmet, die seltensten Geschöpfe dieser Welt vor menschlicher Gier und Neugier zu beschützen. Das macht nicht reicht. Da es als Ben bei den Wiesengrunds eingezogen war, hatten sie in einem viel zu kleinen Haus im Nordwesten Englands gelebt, in dem Ben sich ein Zimmer mit seiner neuen Schwester Ginnewehr, sechs schnarchenden Hobbes, wie man Heinzelmänner in England nennt, und ein paar Grasfeen geteilt hatte, denen der Rasenmäher eines Nachbarn fast zum Verhängnis geworden war. Aber dann hatte eines Tages eine Zigarrenkiste mit zehn lupenreinen Edelsteinen auf der Türschwelle gestanden, Spende einiger dankbarer Steinzwerge, deren Dorf die Wiesengrunds evakuiert hatten, bevor es für eine neue Straße in die Luft gesprengt wurde. Bens adoptierte Eltern hatten endlich ihren Traum von einer Zuflucht für Fabelwesen in die Tat umsetzen können.